ja und warum mein name ist dann ihre p und ich begrüße euch zurück zuletzt bei tales of west peria die definitiv edition wir sind immer noch hier auf dem geister schiff und ja haben von dem boss in der letzten folge auf die freeze bekommen und ja jetzt bin ich hier mit weil nicht ein zwei level höher glaube ich und ja meine charaktere nichts gelernt außer juri und zwar genau bevor ich die aufnahme gestartet habe weil ihr doch immer ein monster auf und ja dann habe ich noch kurz aus dem weg räumt wo ich die aufnahme gestartet habe und hätte ich den kampf aufnehmen müssen und ja in diesem kampf hat er schlitz zahlen gelernt und ja finde ich gut wir haben fast alles gelernt nur raven hat nur einige sachen nicht gelernt glaube ich aber sonst als gelernt ich habe extra eine truppe ausgesucht die vielleicht für den boss kampf sehr gut sein könnte deswegen steuer ich juri weil vielleicht ist mit ihm besser da glaube ich mehr verteidigung und so weil sie jetzt nicht will start sehen 3 2 90 und per theater 400 ok alles klar fast so viel wie caro das teil hat glaube ich die meisten und ja raven ist absolut irre jetzt mit diesem bogen ich habe den bogen ausgerüstet obwohl er hier noch einige sachen lernen muss also eine sache aber der bogen ist einfach so krass keine ahnung wie jeder wert wird so fast um 50 oder 100 erhöht und ja seine ap werden sogar ein bisschen erhöht also das schon ein bisschen krass ja hoffentlich kriegen wir diesen boss jetzt da und mir ist übrigens auch essen ausgegangen also ja das ist auch ein bisschen doof ich bin schon mal nach oben gegangen ihr habt die katzen und also was abgespielt auf screen da muss ich alles wiederholen weil ich einmal draufgegangen bin hier ist noch mal ein siegeltrank und ja hoffentlich gewinnen wir jetzt den kampf um habe ich die truhe auch schon in den einen raum gesammelt ich glaube ich kann zum zweiten mal gesagt und ja wir gucken uns die katze nicht mehr an da kommt so ein monster aus dem spiegel machen wir platt hoffentlich sondern da ist diese musik von jetzt wechsel der zwei die ich da und höre im bauskampf aus kämpfen wir haben kein ich wollte noch kurz gucken ob wir ein links haben ein wie heißt die dinge noch mal diese ohren nenne ich ohren dieser einen tränke die irgendwie alle wertigen greifigen von alles und jeden und ja wir haben hoffentlich eine chance jetzt gehört ihr schlitzer an bumm glaubt juli sollte irgendwie weniger probleme haben gegen den stört mich so oft die gegner so oft umfallen ja genau deswegen da kommen wir jetzt nicht so nah ran mein gott wir machen den fertig ich merke gerade ein guter angriff soll ich doch die ganze zwei ich gesehen habe der ist kurz davor war das volk umfeld habe ich auch gefühl eigentlich dings machen ja tödlicher angriff wenn ich tödliche angriff überlebt den ganzen kirchen nehme ich schon jetzt 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 wird es mehr für vr ist gut war gut jetzt eben auch ein heil angriff jetzt naja so schnell dürfen wir jetzt eigentlich nicht ok toll weil er hat jetzt gemacht jetzt einmal hingefallen gut irgendjemand muss man meine dinge zeigen kannst du tp von anderen heilen er läuft tausend mal besser als beim letzten mal hatte ich nur eine gruppe anscheinend ich sehe gerade wir sind die tp mit so ausgaben da geht mir so oft nerven wie immer sofort umfallen ja super wir waren denn jetzt absolut fertig aber ich meine irgendwie die erste hälfte des kampfs war auch nicht so schwer aber dann legte der voll los irgendwie nein dass ich nicht zaubern ich glaube ich muss gar nicht vom übernimmert getroffen der weg aber auch schießen hier aber jetzt hat er hat gemacht ich habe den langen gebrauch habe ich diesen einen blöden status jetzt kommt ihr da hoch ich wollte immer damit einsetzen aber vielleicht noch nicht weg weg so kommen wir auf das gar nichts damit getroffen geil und würde ich ja angefangen jetzt kommt 2000 gut einmal die gruppen konstellation geändert und dann kein problem ja das einfach nicht wahr sein das war noch mal einmal heilen tp mein einsatz zum hilfe ja sieht man schon irgendwie wie überpowered juri ist wenn man den steuert naja ich will mein überleben einnützen es hat den 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 da ist gleich tot jetzt kommt einfach ein gesprungen ich bringe diesen peter oben dreck da ist er heilen werden wir nicht schlecht danke nein da war zu spät kommen wir irgendwie bekannt waren wir gegen so ein viel schon mal gekämpft in der trance auf serie dieses sagen greife nein nicht auf mich noch ist halt keine tp weg ich habe keine tp ja so nein du hast doch nicht mehr so viel um eine übergezogen und das war es wolltest du was sagen fertig sehr viel irgendwas war nicht irgendwie mehr gold am ende oder galt galt ja da war sehr viel einfacher als beim letzten hat verdammt ich habe gar nicht gut wie er heißt wir sollen überhaupt folgen jetzt im spiel der mutter du hat für uns wieder entscheidet die das ist Das war's für heute. Und wir alle gehen mit. Und wir gehen mit. und warum schiff oder von unserem chef also okay wir wollten ja irgendwie ein signal geben oder so genau wir kriegen ja patti in diesem gebiet kam dieser teil irgendwie im original auch vorhin der xbox 360 version also da hätte ich einfach nicht angeschlossen kann man sieht ja exklusiv wie ps3 war jetzt die aktuelle version die definitiv finition rote schachtel der behälter ja 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 aber ich habe mich mal ganz gut gucken rüstig aus und verdient ja damit die dort irgendwas an der du bist einfach nur gehen einfach nur die hp aus was auch ein grund ist so einzuschauen ich meine ja ich könnte jetzt zurückgehen und speichern aber ich hoffe ja mal hat jetzt nichts brutales kommt oder so eine wir müssen jetzt hier raus irgendwie an der warte mal dabei der tür stimmt nein ich wollte ja nicht ich wollte nicht das ist eure schuld auch ich habe keine dw für die ganze mal analog stick in der attacke haushauen aber geht nicht danke kann ich eigentlich wieder fertig spielende sowieso immer blumen die hauptcharakterien tels aufspielen immer wenn man die spielt irgendwie geht alles wieder viel einfacher naja von klein da wollte mir jetzt nicht sagen wenn ich hier verloren habe ich fertig gesteuert habe bleibt übrigens hier die fresse nach oben schon aber auch gut als spiel als mpc ihr zu kämpfen ich kriege die ganze zeit irgendwie ein paar essens klamotten aber rezepte rezepte zutaten mein gott schwer aber irgendwie nichts was ich irgendwie zum kochen benutzen kann anscheinend die russischen schädelmonster Das ist ein Gehirn. Was war das? Es war ein normaler Gehirn. Es ist ein Gehirn. Es ist ein Gehirn. Es ist ein Gehirn. Es ist kein Gehirn. Es ist ein Gehirn. Was hast du etwas Gefühl? Was hast du? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was ich sagen. Ich weiß nicht, was ich. Hey, Yuri. Geister. Geister. Flüche. Das ist lächerlich. Ich glaube nur an logische Sachen wie Magie. Ich wollte mal nachgucken. Monster. Wir haben noch ein Monsterbuch. Wo ist der Typ? Ich habe gar nicht geguckt, wie er heißt. Was ist denn der Pflanze? Magisch. Magisch. Der Fluchwanderer. Was? 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 Ich habe gedacht, dass wir dieses Boot gebracht haben. Das ist ein Gehirn. Das ist ein Gehirn. Wir sind zurück. Oh nein! Ich bin ein Gehirn. komische katzins und hier kommen wir dahin wo juri und co irgendwie gefangen waren glaube ich nicht oder was er ist direkt neben dem speichelpunkt wo ich gerade kam oder jetzt noch weiter unten ok ich hoffe jetzt kommt kein boss oder irgendwie soweit weil wenn wir sind doch da habe ich nicht gesehen kurz auswahligen aus diesem chef jetzt war es von noch mal passieren wegen dem floh Ja, das ist ein Fluch, klingt logisch. Oh, warum? Außer Carol geht's gerade. Ich weiß nicht, was ich. ich möchte mal irgendwo anders land ich bin ja voll aus versehen wie gelandet 0 nonsens was verstehe ich allgemein nehmen so fancy spielen irgendwie magie und so es ist alles normal aber weil irgendwie geister und soweit kommen ja das ist zu über natürlich das geht nicht der welt besteht aus logik und verstanden alles unwissenschaftlich ist ja ein gräuel die tage vor jen wie im flug ja 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 ich möchte erst einmal hier ausrüsten und ihn aus dem team nehmen weil heißt volle blöde fähigkeit finde ich stark attacke naja ich muss ihn sowieso ins team nehmen naja diorien nehmen war ja doch mehr noch ein bisschen jude 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 ich will wieder fertig spielen sondern möchte ich speichern ich kann ja nicht speichern okay wir sind nicht das hat geister chef sauer karte nordpolika ich nehme an das ist im norden also gehen wir genau in die andere richtung wenn ich endlich mal hier erkunden kann das ist das was ich machen wollte von anfang an ich könnte mir auch ich sollte vielleicht erst mal zu essen kaufen die dinge aneinander sind mal jeweils nicht gucken ob ich irgendwie was herstellen kann synthese kaufen nein du bist kein shop mehr haben wir gedacht jetzt essen voll ausgegangen bist du ein shop naja das thema ich auch alles sagen wir jetzt eine sehr viel art heißt werden sowieso allgemein viel mehr geld zu bekommen ja schon mal gut so ich hoffe ein paar waffen die ich nicht mehr habe weil man weiß ja nie vielleicht braucht irgendwann mal zum herstellen irgendwas das kann ich wieder kochen glaube ich hoffentlich ja bestimmt so muss mich mal carolina schwert herstellen carolina hammer muss ich dafür wir wollen als eins haben weil dann weiß ich genau eine ausgerüstet ich habe das hat er nicht aber da richtig csl aber muss auch mal ausgegeben besuchen da carolina hammer dem bäuch wieder genau und den auch und des zauberers hat sie ausgelassen gut leider peitsche ausgerüstet perfekt alle haben alles gut hat aber nicht euch dafür heilige arabe dreck da geht es ja mit aus nix alles war heilige arabe nehme ich dann kann ich nicht kaufen da wollte ich wahrscheinlich aus gewinnen machen werde zwischen diesen und den nächsten paar oder vielleicht nach dem part keine ahnung ist weil sich durch die ganze welt noch mal reisen und irgendwie shops untersuchen vielleicht ein paar sachen hier fahren sowie csl leder ich auch alles herstellen kann und so dann da ist da schon wieder was da sind einfach nur so sachen zum sammeln aber egal mal gucken weil ich voll wichtig ist hier weil sie nicht ultimativen waffen oder so ich kann schon sagen wir können doch ich muss immer aufpassen wenn ich irgendwie so frei durch die gegend rennen lauf jugend wie war mein gebiet wo irgendwie level 100 gegner umlaufen das ist immer so eine sache zeig mal rote linse mystischer stopf ich glaube die dinge auf euch sogar für irgendwas da brauchte ich mal aber ich glaube sie wenigstens selten aber immer wird das schon sein wenn sie genau solche sachen wenn ich dann aufs gut macht mir so die gegend rennen sammeln und ja dann guck mal war jetzt hat geistert schiff wir gehen dann nach unten ich bin schon mal wissen wie die welt wenigstens ja aussieht ganz nebel lichten weißen dass sie schon wieder voll wichtig aus hier kann ich nicht hin okay ich bin immer noch hier kommt hatte wenn ich die ganze zeit hier so im kreis gefahren aber dieses wasser kann ich nicht aber doch irgendwie kann ich doch hier hat das ist eine hölle kann ich nicht rein nein warum sind da einige abgeschwemmt nicht sowieso da ein kann jetzt mal zum sammeln aber da kommt man irgendwie hin da weiß das hier das ist jeder sagt was das hier muschel da war schon mal hier ich glaube ja ich weiß nicht hier wo war es hat mich na unsere reise begonnen hat muss man da zurückgehen und weiß ja nie war mir jetzt nicht wie die stadt heißt ne sophia ist unter stadt klingelt bei mir überhaupt nicht wo wissen wir eigentlich offiziell nochmal hin was ist denn los du ich sehe deine schweißperlen von hier aus weiß los geht er bin ich schon wieder über irgendwas gestolpert gut dass ich zurückgekommen bin norah kommt da runter was ist denn los unsere liebe neue sitzt da oben fest und kommt nicht mehr runter ja 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 rita und noch hat sich bewegt warum hast du in somi haut rita ich muss hinterher ich komme mit es ist ja in die beiden gefahren jeder hat doch nicht wirklich mit dieser katze geredet oder was meinst du in jedem leben was ich von der selbe rita getrennt patti war nicht in dieser konversation drinnen hat heißt ich jetzt schon früher hingehen können aber ich bin natürlich über das dinge gestolpert hier war geistert lass mal erst mal weitermachen ich weiß ja nicht komme wieder katz sie mir nicht die beiden im team ab und weil ich jurist hier bin oder irgendwie sowas so sind die beiden hin gerannt verkaufen aber das ist gar nichts wir haben gar nichts gehe weg da wird mir erschwindelig wenn ich jetzt sehe was los rita ja nein du machst das ganz falsch miau 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 juri was geht mir vor vielleicht so eine art ritual und jetzt hat sich selbstmordlich begann also entkommt uns wie können wir im weg gehen absteigen indem wir die kaiserliche oberstadt laufen wir können ihr weg absteigen verstanden hey wartet diese mädchen sind verrückt hey meinst du das rieter vielleicht katzenmark sie scheint ja richtig verrückt nach ihnen zu sein da waren wir sind offensichtlich die gleiche raste wie julev zurück zur feldkarte ja da sind wir die einfach hier weil es ist ja eigentlich für der raste julev ich meine tels auf spielen gibt es ja auch elfen raste sie eine elfe da wurde irgendwie schon bestätigt irgendwie ich habe da wieder vergessen weil ich dumm bin da speichern ja nicht und mal speichern ich glaube ich habe schon gespeichert ja egal sprechen wir nochmal da sind sie kann man jetzt eingehen es ist rieter die haben dann immer noch nicht zugemacht hat das andere mädchen sehen wir mal nach wir haben sie in die enge getrieben ja ich sollte mal unseren hund mal weg packen wenn das soweit geht wie die katzen kommen ja du bist hier näher kommen ich habe sie vielen dank ja sie bloß nicht wieder weglaufen ja ja eigentlich das verstehe ich nicht das hast du gut gemacht ist ja das war teamarbeit und wo bist du denn da hinten gerade hergekommen ist ja wo ich herkommen bin ich bin einfach hinten rum und danach durch das fenster im zweiten stock geklettert das fenster im zweiten stock du bist da hinauf geklettert hier ist gar nicht so übel ist ja es war schließlich deine idee sie in die zange zu nehmen rieter was war deine die aus meinen hinterausgang aus einem hinterausgang zu kommen ist das liegt nur daran dass ich von deinen selbstlosen wunsch der netten damen die katze zurückbringen so gerührt war wäre ich nein ich habe es nur aus jux und dollerei gemacht ist schon gut rieter du brauchst dich nicht zu verstellen du bist ein guter mensch das weiß ich ganz genau nein du schätzt mich total falsch ein na ich glaube es ist sie noch darüber zu streiten ein guter mensch ist was dann ist hell jeder kann auf seine art gut sein glaube ich dass ich selbst nicht besser ausdrücken können ihr kennt ihr seid ja sowas von blemert das selten rieter wieder vereinigt aber kein titel oder irgendwie sowas von von mir ist der beste koch da ist voll gewalttätig macht mit müssen sorgen so kommen wir mal bei juries haus vorbei ich spreche jetzt nicht mit leuten die nix über ihrem kopf haben also ich hoffe wir haben jetzt nicht irgendwie versteckte quest also ich habe das spiel ist so freundlich und erzählt mir wenn irgendwas hier quest mäßig ist so wie gerade also wenn ich mal uns hat gebracht hat irgendwie haben wir nichts bekommen oder so aber ich nehme an das ist vielleicht wichtig für eine zukünftige quest also also läuft dann normalerweise eine quest irgendwie keine belohnung gibt oder so dann musst du irgendwie weil er nicht wichtig sein für eine zukünftige quest also weil er nicht ich kann jetzt diese quest machen wenn ich diese hier gemacht habe oder was weiß ich ja ja das geld haben wir uns noch gar nicht nicht mitnehmen wir gehen trotzdem noch mal überall hier rein und gucken ob irgendwann neue ist und ja noch irgendwas hier ist man weiß ich bin gerade meine quest gestoppt oder seid mal ruhig na stimmt das ist ja wieder wasser genau er war nicht irgendwie überschwemmt beim letzten mal oder war auch schon weg so viel gibt es ja glaube ich nicht mehr zu erkunden er ist man diese eine villa dann hier irgendwie und jetzt ragots banner sagen aber da bin ich schon wieder behaupte puff traveler ich habe meinen englischen kanal hochgeladen ab also das stimmt das stimmt glaube ich nicht aber auch die villa von irgendjemand da ist jetzt ja schon wieder dort du dein schwarz ja du nach die habe ich gesucht ist ein freund von dir ich habe nichts besonders viele freunde die adelig sind anwesende natürlich ausgeschlossen fliegt sein kopfgeld ausgesetzt ich war was auch mal noch ein fang von juri verschwinden wir von ihr nein bitte warte ich werde ich nicht ausliefern hör dir an was ich zu sagen habe also weiter schreibt werden noch die kaiserlichen ritter auf kreuzen ich weiß ich werde zuhören ich weiß ich werde ihr zuhören sei bei ein bisschen leiser ja natürlich tut mir leid ich weiß so schön und du bist sicher juri ihr lebt und lebt ich komme eigentlich gerade wegen deinem kopfgeld zu dir könntest du mir bitte helfen meinen bruder zu finden das hat jules kopfgeld mit deinem bruder zu tun und mein bruder kann verbrecher einfach nicht in ruhe lassen da dachte ich deine prämie auf dich ausgesetzt ist so was jetzt weißen dass du juli als köhler benutzt wird um deinen auszulocken es war ein bisschen hart ausgedrückt aber im grunde ist das genau mein plan dummer leid suchte einen anderen idioten juri warte so in deinem bruder nicht finden können nein seit er vor drei jahren die hauptstadt verlassen hat habe ich nie wieder von ihm gehört er hat diese reise angetreten um große taten zu vorbringen und berühmt zu werden er war einige zeit bei den rittern aber trotz zahlreicher halten taten schafft er es nicht den ruhm zu erlangen ja wenn man nicht ausgesprochen viel glück hat heim sind die vorgesetzten gerne lorbein für alles ein was man tut deshalb war dein bruder sollte darauf versessen sich einen namen zu machen der vater seiner freundin sagte er würde ihr heiraten nur zustimmen wenn es zur ruhe brächte wenn er es zur ruhe brächte gott er sagte ihm wer meine tochter heiraten muss er sagt dass ich meine tochter heiratet muss auf der ganzen welt für seinen guten taten bekannt sein was macht denn eine freundin eines bruders jetzt sie hat er noch immer auf seine rückkehr da ihr vater inzwischen verstorben ist steht ihr heirat nichts mehr im wege das heißt wenn der bruder nicht zurückkehrt können sie heiraten wenn der bruder zurückkehrt juri da haben wir wieder in salat keiner kann garantieren dass er nicht versuchen wird mich zu töten ich würde mich über jede so kleine information zum aufentaktort meines bruders freunden als clay clay alles klar wir werden nach ihm suchen nicht mehr nicht mehr nicht mehr ich glaube ich mehr oder weniger gemacht bevor wir angefangen haben zu spielen die erste zähne in dem einen glaube ich gesehen haben noch irgendwie am fenster hat gechillt glaube ich da kann ich nicht rein wenn ich erst selbst haus mehr oder weniger diese prinzessin ja jemand das ist ihr haus da ist nichts ja ich nehme an wir haben nicht irgendwie so dingen wo wir irgendwie sehen wird für quatsch sie haben und da wird nutzung per tja bestell am meisten gestört okay 85 prozent geht irgendwie nicht naja ist nix dann geht man noch mal ich den mann in der dungeon wird nichts mehr sein ich hoffe jetzt jedenfalls der mann ich kann da rein aber ich will es nicht mehr wahrscheinlich sowieso viele sachen auf screen ja suchen deswegen hat hier eigentlich voll verschwindet zeit ist aber weiß ja nie vielleicht passieren dann auch bedeutendes schlossen verschlossen ich meine wir sind hier fällig ne hat dann gehen wir mal zu diesen in der nähe war da so ein außenposten hier dieser wobei als 2 hingegangen sind da können wir ja auch mal eingehen kurz und dann vielleicht hier ein ich glaube können alle städte hier noch mal besuchen die war schon besucht hatten ich bin mir ziemlich sicher hat da vielleicht überall irgendwas ist so mindestens eins gibt oder was weiß ich dann werde ich auf screen noch mal jährliche gegend hier düsen gucken und ich finde weil jetzt hier on screen zu suchen ist glaube ich nicht so nicht so dolle und ja da weiß man natürlich nicht ob ich überhaupt finde also da würde ich lieber auf screen weil ich so finde und dann gucken wir mal weiter da kann man glaube ich raus ja ich muss mir merken wo mein schiff geparkt ist wenn ich gerade oben ist wieder aufgetaucht ich war mit meinem schiff ein bisschen mehr weiter nach vorne gehen geht weg ihr seid level 1 oder irgendwie dort hat habe ich gar nicht gesehen ich glaube wir haben wieder die alte truppe ich wollte schon sagen bonk du hast was gelernt gut ja ich muss sowieso ja da kann ich auf screen machen hier kochen aber dann auch wenigstens hinter uns weil es hat mich ja nichts ab hier jetzt mal was zu kaufen und so ne ich meine diese außen posten der war noch nicht so weit entfernt hat drei grüßen so oder so mal naja gehen wir mal zu fuß sein er sagt da hinten eigentlich keine ahnung ja ich würde dann sagen ich gehe noch in diesem part zu da hinten nennen zum ausposten weil es überhaupt da durch können und dann vielleicht naritas stadt und ich glaube nicht an dem wald irgendwann ist oder am nächsten part können wir ja mal noch durch die welt ein bisschen düsen gucken wir mal finden ich habe vielleicht auch mal die shops hier abschicken für den fall dass ich irgendwas ja bohme was er nie wird ich ja noch kaufen kann aber finde oder was weiß ich nicht naja ich wusste es ist ja endlich kommst du die zeit drängen los los mach schon was wäre ich aber denn sonst ist dass er wieder noch jemand da wo es jetzt gibt ja auch so ein lagerspiel sowie in trends auf der abis die jungen leute heutzutage schon am ersten tag kommen sie zu spät ich glaube da liegt eine verwechslung vor jetzt haben wir gut zu lagerhallen zu putzen das ist ein wunder das ist eine wunderbare arbeit macht sie nicht herunter da kann ich nur bestätigen los los geht's wartet carol ist mit jemanden weggegangen jemand hat carol entführt sollten wir nicht aufhalten nach lasst ihn doch interessiert mich doch nicht aber das sieht genauso aus wie enthält auf der ab jetzt etwas lager zu einigen die kiste um andere inhalt der drei schatzkisten zu gelangen wenn vorab auf der zeit nicht alles gesammelt tats kannst du nicht noch mal ins lager hat als sie sind für immer weggearbeitet war gleich ein lustiges spiel hat weil sie noch von tels auf diese ab ist so da wird mir nichts bringen glaube ich da bringt mir auch nichts naja da bringt mir nichts da mache ich ja da ist eine schatzruhe die möchte ich gerne haben komme ich aber nicht hin glaube ich ja nun zurücksetzen habe ich habe schon fehler gemacht so dass wir mal kurz gucken hier ja ich sehe schon ich meine tat hier den hier so jetzt kann ich hier das hat mir jetzt irgendwie auch nichts gemacht mache ich ja das mache ich ja das glaube ich genau was ich machen muss hier kann ich auch nicht viel machen außer dati ja muss ich ja machen habe ich mir auch schon das muss ich ja machen so kaffee hier muss ich immer machen ich kann ja auch nichts anderes machen wer thron sind ja drei er kann ich auch nichts machen hier kann ich nur das machen nehmen wir uns irgendwo hier rüber also irgendetwas anders kann ich da oben nicht machen guck mal hier ist das richtig ich glaube nicht warte ich glaube ich habe es gleich ich habe es gleich glaube ich glaube ich habe es gleich ich habe es nicht gleich mein gott was ist das denn hier einfach so hier kann ich nur das machen vielleicht bräuchte das ding hier aber da komme ich auch nicht nach rechts da kann ich nicht nach unten packen da kann ich auch nicht einpacken ja was ist das alter warum ist das so schwer kann ich echt irgendwie nachdenken so ich kann nur das machen hier und da kann ich auch nur ich kann das satz das ich kann nur das machen in dieser stelle ja das hat gefühl ich muss ja voll rum gehen irgendwie da kann ich hier machen das hier kann ich nach unten packen da kann ich das hin schieben da bringt mir auch nichts also ich muss irgendwie platzieren hier nach oben bringen irgendwie ich weiß nicht mal hier machen ich weiß nicht mal hier machen irgendwo hier hinkommen weil da kann ich die kiste noch nach oben schieben da nach oben irgendwie halt ist überhaupt machbar da sieht man jetzt nicht irgendwie so aus es werden machbar hat so hallo manche mir falsch noch gar nicht so viele optionen ja ich muss einmal hier irgendwie zu rum gehen irgendwo ja ich muss da nach oben irgendwie und wie komme ich dahin weil sie frage so wird mir auch nichts bringt wenn ich jetzt entweder hier oder da machen also ich werde so lange dran sitzen bestimmt irgendwie eine möglichkeit also was hier das mal so versuchen machen jetzt den ja dann machen wir den ja ich nehme an ich kann nicht alle schatzt und hier kriegen weil das sieht irgendwie unmöglich aus da bringt auch nichts hat also ich kann bisher noch keine einzige truhe ran dann wenn ich dann nie wieder danach machen kann dann ist irgendwie damit mich am meisten hier nervös macht dann hier ich habe irgendwie noch machen irgendwie auf die drauf klettern also also voll und ist auch möglich irgendwie so warte mal ja ich bin auch beruf ich glaube ich habe es so ungefähr hier bringt mir das jetzt warte mal jetzt habe ich es warte ich glaube ich habe ich glaube ich habe es glaube ich habe so endlich mal fortschritt was nein so junger junge jetzt schieben wir da hoch jetzt gleich die ganz jetzt gleich die kiste da hier entpacken und darüber gehen so endlich mal was neues hier kann ich hier entpacken kann ich hier entpacken und da meine truhe und da kommen eben so jetzt kann ich was machen kann ich nach oben gehen dann kann ich das machen da bringt mir aber nichts doch bringt mir wohl das kann ich das muss ich hier mit machen irgendwas habe ich falsch gemacht dreck aber ja gut warte so jetzt ich weiß das ist jetzt voll langweilig aber egal so hat hier muss man machen wenn man die eine truhe zu kommen ich glaube sind nur zwei tonen da packen wir hier hin da packen wir hier hin da packen wir hier hin weil wir können uns machen öffnen die truhe hier und jetzt wird man sich ja anders machen muss ich mal kurz zurückgehen gucken man sich da machen kann so ich kann nur das hier machen da ist ja irgendwann offensichtlich jetzt weil ich machen kann mir kann ich nichts machen doch kann ich wohl er kann ich nicht er kann ich nicht dreck ja ja warte war da war da war da drei truhen sind wir glaube ich noch nicht das bin ich hier da bringt auch nichts geil da ist es nicht so schwer irgendwie muss das doch machbar sein wir sind noch eins bringt mir jetzt wenn ich das nachrichtspakt gar nichts um sie sagt ja da einpacken den kann ja auch noch nach rechts packen weil ich jetzt hier nicht weiter irgendwie muss man dahin ja da wird mich so frustrieren noch ich muss ja so lange noch umsetzen hier ist richtig ne das muss ich machen weil ich kann ja nichts anderes machen also nicht reichen fraktionen ich kann ja nur das hier machen hier muss ich immer machen soll ist eine truhe erwarte warte glaube ich hab's ja ich hab's nicht doch ich hab's hatte hier nee doch warte mal so bank wie gut ich bin scharfes getränk kann zeit zu lesen ich bin irgendwie auf dem timer oder so ne ich glaube das muss ich noch einschieben irgendwo da kann ich gar nicht mehr hatte dreck war immer so eine kleinigkeit im ihren auffällt das gibt's nicht das fehlt mir jetzt schon wieder ja da muss ich da und mit den dingen machen wir müssen dann auch noch also war ich da unten nicht er bringt mir jetzt da oben hin zu kommen da bringt mir jetzt auch nichts dreck ey warte mal lass mich mal kurz aber ich hab's ja ja jetzt darum gewonnen oh gott naja das war so ich bitte um entschuldigung werde gesagt dass wir dich wirklich verwechselt haben da habe ich euch ja gesagt die ganze zeit war habe ich das gesagt ich habe mir sehr leid ein freund haben mir bescheid gesagt bitte nehmen meine entschuldigung an in form der bezahlung für eine harte arbeit 2000 galt das nächste mal besser auf das meinte ja es war großartig oder für die elmotive speria juri was redest du da sie ist doch als teil der arbeit der gilde ist doch gut werbung für die gilde oder man muss das eine situation immer das beste machen können naja so gesehen was angst dass wir nicht genug zu tun hatten oder naja hier ist die lösung sagt bescheid wenn wir noch etwas für dich tun können alles klar ich werde dem chef ausrichten wir sehen auf euch schlechtes der sternzeichen noch ein bisschen ja 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 ich nehme an ich kann jetzt auch in anderen lagerhäusern irgendwie was sauber machen sauber machen schätze holen meine ich soll mit trunken kommen scharfes gedrängen ich nehme an dass irgendwas wichtig ist so egal ich werde natürlich versuchen alle dinge einmal zu holen bei solchen sachen da gab es auch mehrere spiel enthält da bist also das geht also nicht vielleicht ganz geht weiß man nicht überall einmal übernachten da vielleicht im park beenden weil ich glaube ich bin jetzt in der stunde oder so ne der nächsten folge gucken wir mal da tut man doch einfach hier on screen die ganzen sachen machen ne schauen wir mal bei dieser eine stadt vorbei dessen name ich schon wieder vergessen habe und dann bin ich den partier wir speichern und ja in der nächsten folge sehen wir uns dann wieder wenn man ja auf screen oder on screen durch die gegend düsen ja ich bedanke mich als zuschauen und sage tschüss bis zur nächsten folge liked abonniert kommentiert und also was bei 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 below bei 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 bei